Hallo Leute, da bin ich wieder. Ja, in der letzten Folge sind wir wir durch den Wald gerannt. Ich hatte mir denn das letzte Video nochmal angeschaut, hier auf dieser Kamera. Und danach habe ich plötzlich irgendwelche Spuren hier gefunden. Die werden wir jetzt mal folgen. Ja, zunächst möchte ich mich erstmal bedanken für euer Zuschauen. Wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Daumen hoch, nicht vergessen. Vielleicht macht ihr die Glocke an und verfolgt mich weiter. Und ja, dann schauen wir erstmal, was uns jetzt so erwartet. Ah, guck einer an. Da ist der weiße Baum. Der besagte... Ja, das ging auch auf keinen Weg irgendwie lang. Das war irgendwie quer durch den Busch. Das hatte man gar nicht wirklich gesehen. Und dann hätten wir uns noch zwei Stunden tot gesucht. Aber, naja, wir kommen voran. Und dann geht's. Ja, das war's. Ja, das war's. Und jetzt geht's. Und dann geht's. Wir kommen nach dem Leinzimmer. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Was sagst du? Warum sagt er... Der sagt Köter zu unserem schönen Hund. Was will der Spinner jetzt? Jetzt können wir... Taschenlampe bringt wahrscheinlich gar nichts, ne? Nö. Okay. Wir werden dann mal lieber die Kamera anlassen. Und schauen wir mal. Wir sollen zu diesem... Baum kommen. Okay. Bullet, komm wir jetzt zu mir. Bei Fuß, genau. Okay. Lass uns schauen, was jetzt auf uns zukommt. Was will der immer von uns? Was? Okay, wie ich vermute, Taschenlampe bringt uns nichts. Weg da. Oh Gott, ist aber bricht hier... Ist hier ein Viehchen in der Nähe, oder... Das Knatsch und knirscht hier. Mein Herz schlägt auch schon wieder. Oh oh! Was ist das? Weg von dem! Weg! Bullitt, ganz ruhig, ganz ruhig, Bullitt. Bullitt, ganz ruhig. Da ist auch so ein Scheißviech. Gehen wir hier lang? Wir gehen hier lang, komm. Wo ist jetzt schon wieder was? Du sollst doch hier bleiben. Bleib dicht, Bullitt. Was ist das hier? Okay, das war was... Du sagst mir nicht, du hast Angst vor diesen kleinen Dingen. Ach, come on, was sind das für Spiele hier? Träume ich das alles, oder... Wie weit ist denn das noch zu diesen Baumen, sag mal? Ist doch nicht normal. Bullitt, hast du was gesehen? Riechst du was? Geh nach. Geh nach. Geradeaus. Bin fast da. Ja. Ja, genau so. Ja, genau so. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau so. Ja, genau so. Der steht hinter dem Baum. Ja, ich geh doch schon, man nervt mich nicht. Oh, ich kann schon gehen, ne? Oh, ich kann schon gehen, ne? Weiter nach rechts. Was soll ich jetzt... Was ist das? Was ist das? Ist das schon wieder ein Vieh? Da ist schon wieder ein Viech. Wo ist das Viech da? Okay, wir dürfen... Wir müssen den Viechern ausweichen. Was ist das? Easy, boy. Es ist jetzt weg. Hey, Sicko. Diese Fotos... What are they? Who are these people? Trespassers. Pesky little rats, die got too nosy for their own good. So, what happened to them? Oh, now you're being too nosy. Ja, nicht wirklich ne Information, ne? So, gut. Super, geil. Jetzt bin ich hier falsch, oder was? Oh Gott, ja. Was? Wo müssen wir denn? Hier rum? Da ist... Da ist... Da ist der Baum. Bullet. Oh, what the fuck. Was erwartet uns jetzt hier? Ja. Almost there, Alice. All you need is a... Tja. Jetzt bildt mein Hund auch schon mit. Ja. Irgendwas ist jetzt hier... Okay, wir sind da. Und jetzt? Ich kann nicht, dass ich das mache. Ja. One. Okay. What the? Wir sind hier, wir sind hier. Hey, Psycho. What the hell is this? This thing bleeds. Don't be silly, for you don't bleed. Now look around. Do you see it? Irgendwie... What? Ja. The trail. Do you see it? I... I... Think so. Follow it. Okay, gehen wir den Weg jetzt hier lang? Oh, ich will nur aus diesem scheiß Wald raus. Skype find's jetzt bestimmt gleich wieder was an. Ich schwöre es euch. Irgendwas passiert da gleich. Ich schwöre es euch. Irgendwas passiert da gleich. Ah! Alter, was war das? Leck mich am Arsch. Was? Wer schießt denn auf mich? Wer schießt denn auf mich? Oh, ich will das nicht. Was ist das? Ich soll mich in Ruhe lassen. Ich will doch einfach hier nur weg. Lass mich in Ruhe, du Viech. Was wär's das? Wer rennt hier rum? Oh, ich seh den toten Soldaten, ne? Oh nein. Sind das... Sind das die Seelen von den Soldaten? Oder... Leute, wenn ihr irgendwie Ideen habt, was das sein kann alles, schreibt's mir in den Bewertungen oder in den Kommentaren viel mehr. Und dann, äh... Ja. Vielleicht werde ich ja ein bisschen schlauer draus. Oh, hier ist auch schon wieder so ein Viech. Sind wir hier im Kriegsgebiet? Ich weiß es nicht. Die eigentliche Aufgabe war doch, Peter zu bekommen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Die blinde Mice, die blinde Mice. Die blinde Mice. Find for some fun. Find for some fun. Die Mäde auf der Minde und set out der Home. Sie sagen, es würde ich immer nach Hause bleiben. Oh Gott! Jetzt schießt doch schon wieder einer! Wieso muss dieser Spinne jetzt hier auch noch singen, ey? Null Orientierung habe ich. Null Orientierung. Leute, 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 Leute. Ja, super. Und jetzt? Wo ist ein Bulle da eigentlich? Komm her, Junge. Wo ist der Hund? Oh, was ist das? Wo ist mein Hund? Hier. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal rechts rum. Das ist das komische Feuer da oben, also. Okay, hier geht's. Wenn ich wüsste, wo mein Hund ist. Komm her, Junge! Mensch, lass mich in Ruhe. Ich muss einmal meinen Hund suchen. Tell the dog to seek. Heel! Komm her, Junge! Ja, wenn ich wüsste, wo mein Hund ist, verdammt nochmal. Der Typ kann aber auch ganz schön nerven, ne? Hier, Junge! Mein Hund ist weg, Leute! Oh, was ist hier? Ach du Scheiße! Ich habe den Stag gefunden. Er ist tot. Was sagst du nicht. Das ist wahrscheinlich, weil ich ihn töte. Jetzt, nimm seine Haut. Was? Die Haut. Die Haut. Die Haut. Die Haut. Die Haut. Hat das Schwein meinen Hund jetzt? Oh nein. Was müssen wir jetzt... Ey, es ist extrem widerlich. Was jetzt? Was... Das Symbol. Ich will, dass du einen machen kannst. Du hast einen. Du hast die Twigs. Du hast die Haut. Du hast die Haut. Alles, was left ist, ist sie zu nutzen. So hurry up. Ah, fine. Hab ihn deinen Weg. Fucking nutcase. So ein... So ein... Irres Schwein. Was spielt der hier für Spiele mit uns? Satisfied? Not quite. There is one more thing. Though this one's easy. You've done it before. But first, let the Mud sniff the symbol. He'll take you right where you need to go. How? The only cent he'll get is my own. Just do it. Just do it. Come here boy. Now is not a good time. Wo ist der Hund? Es ist ja echt witzig. Ich soll dem Hund die Fährte geben und er ist gar nicht da. Hier boy. Ist das jetzt ein Bug oder... Ist das jetzt so... Richtig. Ich hab meinen Hund verloren. Das ist ganz toll. Der sollte ja eigentlich bei mir bleiben. Wo ist jetzt mein Hund? Verdammt nochmal. Ach man. Das kann doch alles nicht wahr sein, ne? Dass mein Hund jetzt hier verschwunden ist. Das ist doch... Das ist doch Wahnsinn. Mein Hund ist weg. 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 Gut Leute. Ich denke mal, ich breche jetzt hier erstmal ab. Weil... Sonst wird das wieder zu lange. Ich mach mich dann auf die Suche von meinem Hund. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also... Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Denkt an eine Bewertung. Und Daumen hoch. Bis denne. Tschüss.